Hey ihr Endspieler, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Jetzt geht's langsamer ins Eingemachte, Leute. Wir haben jetzt noch eine Loyalitäts- oh, eine Loyalitätsmission von... War ich die Konsole wieder auf? Was ist denn los? Von Legion, nämlich Legion hat erfahren, dass die Geth Heretics ein Reaper-Virus weiterentwickelt haben, das nach dem Upload alle normalen Geth dazu bringt, sich dem Kampf gegen alles organische Leben anzuschließen. Das darf nicht passieren. Das können wir auch nicht zulassen. So, deswegen fliegen wir zum Phönixhaufen. Wie es das anhört? Es hat den Phönix einen Haufen gesetzt und werden das unterbinden. Danke, Kelly. So, ja, wie gesagt, wir haben Legion rekrutiert. Das ist ein, wie soll man sagen, ein wahrer Geth. Ja, das ist kein Fake Geth wie die Heretics, die sich abgespalten haben und sich damals Saren angeschlossen haben, um gegen die Citadel und überhaupt alle Lebewesen vorzugehen, weil Saren war ja schon indoktriniert, wie wir wissen. Was ist denn? Planet Legion hilft, da ist es. Der Phönixhaufen. Sehr gut. Ja, und deswegen letzte Loyalitätsmission. Ich weiß, ich kriege immer wieder Tipps, wie ich das beste Ende freischalte. Leute, kriegen wir hin. Ich weiß das doch alles schon. Ich habe mir noch Notizen gemacht. Alles gut. So, erstmal ein bisschen Treibstoff. Und dann gehen wir rüber und machen das mit Legion. Das Meer der Stürmer. Schalten wir die Heretics aus. Das muss jetzt... Ja, muss ganz schön was los sein. Ich meine, wenn das nur diese Basis ist... Sämtliche nützlichen Technologien auf dieser Raumstation von den Quarianern, einst Haratar genannt, wurde von der fliehenden Migrantenflotte mitgenommen, als sie den Perseus-Nebel vor 300 Jahren verließ. Da die Station danach kaum noch mehr war als eine dahintreibende Metallhülle, wurde sie im Jahr 2050 CE von den Sternenkarten entfernt. Scans deuten darauf hin, dass die Station in einem gewaltigen Kraftakt, der mindestens 10 Jahre gedauert haben muss, wieder aufgebaut und modernisiert wurde. Was wiederum den Schluss zulässt, dass es schon vor dem berüchtigten Angriff auf Eden Prime Geth außerhalb des Nebels gegeben haben könnte. Es wäre kaum mehr als eine Treibstoffquelle nötig gewesen, um sich dort noch viel länger zu verstecken, ohne Aufmerksamkeit auf den öden Welten rund um Tasra oder bei den ahnungslosen Elkor im Salahil-System zu erregen. Auf der Heretic-Station, wie Legion sie nennt, befindet sich ein Datenkern der Geth... äh, befindet sich, nicht befinden, befindet sich ein Datenkern der Geth, der mittels Signalbündelprojektion über gewaltige Entfernungen senden kann. Ungefähr 6,6 Millionen Kopien von Geth-Software sind auf der Station gespeichert. Der Großteil darf von körperlos auf Servern, die nur im Bedarfsfall auf Plattformen mit Beinen heruntergeladen werden. Okay. Die Population auf der Station von Plattformen mit Beinen beträgt ungefähr 2,4 Millionen. Und das sind nur 5% der Geth übrigens, ja, wie wir wissen. Also etwa 5% und das ist ein Großteil der Streitkräfte, der Heretics. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele normale Geths es gibt. So, wir nehmen natürlich Legion mit und wir nehmen Tali mit, weil die kennt sich mit Geth aus, habe ich gehört. So. Energieentzug, oh, jetzt KI-Hacken. Er kann auch KI-Hacken. Und Geth-Infiltrator unterstützt Legions Kampffähigkeiten, erhöht seinen Waffenschaden und reduziert die Aufladezeit seiner Kräfte. Und auch er kann eine Kampfdrohne, es ist quasi genau wie Tali eigentlich bei ihm. So. Legion ist ein Experte, was das Zerlegen von organischen wie synthetischen Lebewesen angeht, wodurch sein Waffenschaden erhöht wird, oder? Äh, Legion hat für seine wichtigsten Funktionen redundante Systeme erstellt und so seine Gesundheit verbessert. Ich würde sagen, 5% Gesundheit gegen 7% Waffenschaden, da muss ich nicht viel überlegen. Kampfdrohne geben wir auch noch ein bisschen rein. Wir wollen ja eigentlich den Geth-Schild für stärker. Ja, egal. Das war es einfach, wie es ist. Ja, schade, dass wir für Tali nicht noch mehr Punkte übrig haben. So, für Legion denn schweres Gewehr. Schweres Gewehr, okay. Dann nehmen wir auch die Matoch und Präzisionsgewehr. Gehen wir mal um die Viper, oder? Ist ja auch wurscht, was die haben. So, Tali kriegt die schwere Pistole. Carnifex, so wie ich, die ich auch nutze. Und Eviscerator. Skimitar, Katana. Ach komm, Geth Plasma-Schrotflinte. Ist ja auch egal. Wie gesagt, die machen eh nicht viel Damage, die Leute. So, ich habe mich auch entschieden. Ich werde die Nebenmissionen leider nicht machen, sondern... Nur noch Hauptmissionen. Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Achtung. Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Ja, die Gäste brauchen sie nicht, wollte ich eigentlich noch sagen, glaube ich. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte. Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren. Und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Wie auch immer, diese Gaths sind jedenfalls kein Problem mehr. Aber Shepard, bedenken Sie doch. Wenn Sie diese Gaths umschreiben, schließen Sie sich den anderen an und die Legion Gaths werden stärker. Können wir Ihnen trauen, dass Sie uns nicht irgendwann angreifen? Umschreiben ist unethisch. Warum haben Sie das nicht gesagt, bevor wir an Bord kamen? Wir wussten nicht, dass das Virus schon fertig ist. Es kann gegen die echten Gaths jederzeit eingesetzt werden. Wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Ja, siehste mal. Es sind Ihre Leute, Legion. Sie müssen doch eine Meinung haben. Es sind neue Daten. Wir haben noch keinen Konsens gefunden. Wir werden im Verlauf der Mission zu einem Schluss kommen. Jetzt ist nicht die Zeit, das auszudiskutieren. Los, weiter, solange die Heretics abgelenkt sind. Ja. Ist da gerade keine Munition drauf? Nö. Habe ich denn überhaupt Munition jetzt überall ausgerüstet? Oh ne, warte. Lieber immer im Vorfeld schon mal checken, weil... Ja. Ne, warum auch immer die jetzt ausgeschaltet ist. Wahrscheinlich, weil ich die Waffen der Begleiter gewechselt habe. So. Alles gut. Ja, auch interessant, oder? Dass man das jetzt noch abändern kann. Ich meine, man hat ja immer gedacht, die Gaths sind eigentlich so eins der großen Übel hier am Universum. Und jetzt auf einmal sind sie gar nicht mehr so schlimm, oder was? Und auch Tali ist eigentlich total passiv. Passiv. Vielleicht können wir an ihnen vorbeischleichen. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardling-Muter. Feinde. Wir sind im Regenhof. Komm rein! Sehr gut. 3000. Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralkomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programme zu verändern. Programme-Updates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger. Wir begreifen weniger. Und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Gaths liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Wenn das so ist, dürfte es doch nicht schlimm sein, die Heretics umzuschreiben, oder? Sie sind wie abgetrennte Gliedmaßen Ihres eigenen Körpers. Das Umschreiben kommt dem Wiederannähen eines amputierten Armes gleich. Um Ihre Metapher weiterzuführen, Sie haben sich selbst von unserem Körper abgetrennt, eigene Perspektive angenommen, eigenes Urteilsvermögen. Sie haben beschlossen, Sovereign zu verehren. Ich glaube nicht, dass ihn allzu viel entgehen würde. Jeder Blickwinkel ist sinnvoll, selbst wenn er falsch ist. Wenn wir nachvollziehen können, warum eine falsche Sichtweise akzeptiert wurde. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass der gelegentliche Selbstbetrug organischer Lebensformen nützlich für die Analyse unserer Denkprozesse ist. Gehen wir weiter. Ja. Ja. Also irgendwie sind die schon sehr vernünftig, sage ich jetzt mal, aus seiner Denkweisen. Oder ihre Denkweisen. Ist ja mehr so ein Them-They-Ding jetzt bei den Geth, oder bei ihm zumindest, bei Legion, weil sie sind ja... Ist ja nicht nur einer. Oh, Geschützübernehmen, auch sehr gut. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungs-Gefechtsturm übernehmen. Und wir ziehen. Führen Zulokumand aus. Das müssen Sie meinen, glaube ich, Schussbeschütteln nicht tun. Was war das denn? Okay, cool. Also das ist jetzt unsere Geschütze. Hey. Nicht mehr... Okay, das waren unsere Geschütze. Wie doof. Okay, weiter geht's. Jetzt muss ich den Dreck hier laufen. Oh, cool. Da sind noch mehr Verteiler. Hey. Hey. Ja gut, alle sind jetzt auch nicht so ganz leicht zu erwischen. Aber hey, hier gibt es immer Kohle. 3000 Credits. Wie gesagt, ich finde das super interessant. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ob ich sie erledige oder ob ich sie wieder sich anschließen lasse. Ja, wie gesagt, er sagte ja, sie haben sich wirklich selbst dazu entschlossen. Allerdings so ein bisschen selbst betrug, dass man sich vielleicht abwendet von dem, was eigentlich richtig ist. Es ist ja auch sehr menschlich irgendwo, ne? Deswegen. Mal gucken, was ich mache. Okay. So, bist du bald mal erledigt? Jetzt wartet der echt bis an das Schilde wieder voll sind oder was? Du Sack. Das gibt's nicht, Freundchen. Ja, okay. Die Carnifax ist gar nicht so übel, aber sie macht halt echt viel zu wenig Schaden immer noch dafür, dass man nur sechs Kugeln hat. Und die müssen halt auch alle sitzen, nicht wahr? Und so schlecht treffe ich gar nicht. Ja. 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 Bitte was? Oh, mein Blut. They make me bleed in my own blood, die Schweine. Stell dich mal vor, uns würden sich jetzt 2,4 Millionen Geth entgegenwerfen. Heretics. Übernehmen, wir ziehen. So kennen wir es genommen. So kennen wir es genommen. Die haben aber auch immer noch getarnt bleibt. Während ich ihn anschieße. Und die Geschütze sind schon wieder futsch. Macht ja auch nicht gerade viel Sinn, oder? Die Dinger. Gibt's hier noch was? Nö. Nicht so wirklich. Dass hier aber auch die ganze Zeit dieses Zeug rumfliegt da. Die halten auch nicht sehr viel von Sauberkeit. Ich meine, Sauberkeit ist ja auch gleich Effizienz, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Habe ich denn überhaupt noch Platz für die Munition? Für die Schwere. Ja, komm. Ich schieße mal wieder ein bisschen mit dem Strahler. Finde ich sehr angenehm, dass man die nicht nachladen muss. Nur der Schaden könnte ein bisschen... Ja, der lässt halt mit der Zeit immer mehr nach, weil die Gegner stärker werden. Und er nicht wirklich mehr Schaden macht, ne? Vielleicht sollte ich doch mal wieder auf einen anderen wechseln. So eine andere schwere Waffe. Mal gucken. Ist doch wieder raffiniert. Das ist ja raffiniert. Was ist das? So, was haben wir denn hier? Mal das. Oh, warte. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, was es im dritten Teil für Minigames gibt. Was das wohl ist? Oh, Gäst Schildstärke. Ich glaube, das ist die letzte schon, oder? Ich hätte keine Ahnung, dass Gäst so große Stationen bauen. Die Station ist über 15 Kilometer lang. Der Raum erstreckt sich vermutlich über die gesamte Länge. Oha. Ja, ich meine 2,4 Millionen, da muss schon ein bisschen Platz für sein. Und hier sind ja nicht sehr viele unterwegs. Gibt es hier vielleicht irgendwo so einen Raum, wo die alle abhängen oder so? Also im wahrsten Sinne, dass die vielleicht alle in ihren Geräten hängen, um immer wieder mit Strom versorgt zu werden. Wer weiß. Oder sind die autark vom Strom? Und müssen sich gar nicht aufladen lassen. Könnte ich mir aber fast gar nicht vorstellen, oder? Ah-haa. Wir wollen es nicht mehr. Hey. Hey, Lass. Oh, deswegen die Verteiler, die rufen Verstärkung, ja. Oh, oder man muss es einfach alle erledigen. Naja. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gibt übrigens eine Mission, habt ihr mir in den Kommentaren geschrieben, die ist unumkehrbar. Das heißt, wenn man die nicht macht, dann kann es wirklich sein, dass man das Schlechteste aller Enden bekommt. Und das wollen wir natürlich nicht, weil das ist auch nicht logisch eigentlich, weil es gibt ja noch einen dritten Teil, wie ihr wisst. Und natürlich ist man wie der Shepard. Und wenn man das falsch macht, dann können alle sterben, wirklich fast alle von der Crew. Wie gesagt, unlogisch ohne Ende, aber es ist wirklich möglich. Interessant, ne? Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Gath einstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Gath schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Aha. Wie gesagt, ich mach mal weiter auf der abtrünnigen Seite. Die Heretics haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Eine Gelegenheit, sie anzugreifen. Wenn sie das vor ihrem Weggang beschlossen hätten, hätten wir es in ihren Gedanken gehört. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Soll ich weiter auf ihm rumhacken? Ja, komm, ist egal. Die Schattenseite der Freiheit ist Verantwortung. Die anderen haben eine schlechte Entscheidung getroffen und müssen nun damit zurechtkommen. Sie sind für deren Entscheidungen nicht verantwortlich. Ein logisches Argument für einen individuellen Geist. Wir sind nicht wirklich Individuen. Teile von uns sind in den Heretics. Und möglicherweise irrt sich einer von ihnen. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben sie eine Entscheidung getroffen, ob sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für zerstören, andere für umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Huh. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde mich da eher so ein bisschen auf seine Entscheidung verlassen. Nicht auf das, was Shepard jetzt denkt. Oder was wir halt denken in dem Fall. Oh, guck mal. Wecken wir ziel. Na, wo sind sie denn? Kapazitätsauslastung. Abbruch. Oh, das ist schlecht. Oh je, 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 das sind aber ganz schön viele. Kapazitätsauslastung. Abbruch. Ist das das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Warten Sie. Ich möchte vorher das Gebiet auskundschaften. Bereit. Ja. Die sind ja ziemlich schnell kaputt, wie man sieht. Ach komm, ist eigentlich egal. Wir machen jetzt irgendwelche. Zack, zack, zack. Was soll's? Jetzt mit dem Upload beginnen? Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung. Download von Heretic Wand. Hacken Gefechtsturm. Voll schade, dass das immer nur so wenige sind. Download von Hacken. Warte. Heretic Wand. Und gleich geht es wieder. Ja. Ich finde das doof. Warum geht die so schnell kaputt? Achtung. Download. Vontals auf mobile Plattform. Übernehmen Gefecht. Schade. Ist hier irgendwo Munition oder so? Nee. Alles gut. Ich brauche keine Muni. Ich mach das aufs Tor. Übernehmen Gefecht. Hektive feindliches System. Ja, das war's mal mit den Geschützen. Was war das denn? Was war das denn? Oh, das war's wohl schon. Datensuche und Analyse komplett. Ja, Platz. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Ach, jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Das ergibt keinen Sinn. Wenn Sie das Recht auf Ihre eigenen Entscheidungen haben, wie können Sie dann vorschlagen, sie mittels Gehirnwäsche auf Ihren Weg zu führen? Wir haben nur auf diese Option hingewiesen, sie jedoch nicht empfohlen. Die Entscheidung war der Schattenkommander. Ich find das immer doof, da wird den Leuten immer so eingetrichtert, hey, du kannst dich entscheiden, aber dann entscheide ich mich für was und dann, oh, du bist aber auch scheiße, ne? Was hält Sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander. Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Gästen legen ihr Schicksal in ihre Hand. Ach, wir machen sie kaputt, komm. Es gibt keine Garantie, dass Sie nicht wieder zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, richtig? Dass Sie die Reaper anbeten und organische Lebewesen angreifen? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null. Dann vernichten Sie sie. Wir haben die Chance, das alles zu beenden und die werde ich nutzen. Zur Kenntnis genommen. Bringe magnetische Antimaterie-Apfüllanlagen zum Rehabilen. Erledigt. Empfehle Rückzug zur Normen. Ist zwar fies irgendwie, aber ja gut. 30 Abtrünniger. Ja, ist schon was. Wow. Oh, K.I. umgeschrieben. Na toll. Ihr Arschgeigen. Das habe ich davon, dass ich euch zerstören will. Ja, wie gesagt, es ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, oder ich hoffe nicht, dass das jetzt groß was kaputt macht. Es könnte halt wirklich sein, dass... Warte mal, kann ich noch was verteilen für die Gruppe? Es könnte halt jetzt echt sein, dass ich damit Scheiße baue, ne? Wer weiß. Dann kann ich vielleicht im dritten Teil... Naja, da gibt es ja auch eine Stelle. Ich sage jetzt mal nichts dazu, aber... Mal gucken. Oh, war der übernommen zufällig? Ey, jetzt. Geh doch mal... Tadi. Zieh dich bitte. Aus der Betriebe. Oh, oh. Sag mal. Wir haben noch zwei Minuten. So, Kinder, jetzt aber schnell, schnell, schnell. Ist das schon der Ausgang? Oh, dann habe ich noch Zeit gehabt. Okay, das war jetzt richtig unvermittelt. Die Zerstörung der Geth-Heretics könnte die gesamte Struktur der Galaxie verändern. Überwachung des Geth-Gebiets wurde verstärkt, um alle Flottenbewegungen registrieren zu können. Unabhängig davon haben die von der Geth-Station beschafften Daten wertvolle Einsichten in die sozialen und technologischen Prozesse der KIs geliefert. Oder bei KIs. Legion müsste nach Shepards Hilfe bei den Geth-Heretics der Mission loyal gegenüberstehen. Ja, und Schild-Technologie von Legion freigeschaltet. Schaden durch Angriffe wird abgewehrt. Legion neues Outfit, sehr gut. Schildstärke, 50% mehr Schildstärke für alle Gruppmitglieder. 30.000 Credits und noch ein bisschen Palladium. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es jetzt wirklich sehr, sehr negativ ins Gewicht fällt. Das wäre echt ätzend. Aber wir gucken mal. Sie sind zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Zu Legion. Unterwegs, Joker. Schöpfer Tali Zora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Gäst im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß. Aber wenn die Gästher herausfinden... Sie würden angreifen. Was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Gästher als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls dann die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Informationen weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wäre es, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Oh, siehste. Dann haben wir es ja doch noch schön geregelt. Gäst Schildstärke. Das mache ich dann. Aber nächstes Mal, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt nicht negativ. Ich werde mich mal ein bisschen schlau lesen, was das für den dritten Teil für den Impact hat, wenn wir das jetzt machen. Wäre nicht so geil, wenn das jetzt... Na gut. Ich wünsche euch noch was Schönes. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Mass Effect 2. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.